Hallo Seekraus Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekraus Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Willkommen im neuen Jahr 2019. Wir haben heute den 1.1. des Jahres 2019. Ich möchte euch auf diesem Wege auch nochmal alles, alles Gute für das Jahr 2019 wünschen. Vor allen Dingen Gesundheit, da kommt die Freude von ganz alleine in den meisten Fällen. Und von daher, ja, wir sind jetzt hier zur Auslosung unseres aktivsten Livestream-Showers aus Dezember 2018. Es gab einen harten Kampf an der Front sozusagen. Swordfish und Christian haben sich hier gebettelt bis auf die letzten Sekunden mehr oder weniger. Am Ende wurde der Kampf entschieden mit 16 Punkten Unterschied. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und, ja, die beiden Deckschrubber haben sich da Saures gegeben. Swordfish ist der Gewinner für Dezember und wird von uns kontaktiert werden. Ja, und darf sich dann über den Gewinn freuen. Das sind diesmal etwas mehr als 1.100 Dublonen. Das ist so ein Gegenwert von 5 Euro. Und, ja, das wird dann sein Dezember sozusagen nochmal versüßen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch natürlich für die ganze Aktivität in den Livestreams auch im Dezember bedanken. Wir streamen immer am Dienstag um 20.30 Uhr und am Samstag um 20 Uhr. Das sind so unsere Standard-Livestream-Zeiten. Wenn ihr bei unserem Programm mitmachen wollt, ihr, wie gesagt, ihr könnt über die Gewinne, die ihr hier natürlich als aktivster Zuschauer erhalten könnt, auch immer noch jede Menge Informationen, Spaß und Kurzweile sozusagen mitnehmen. Ein paar Ränge könnt ihr hier auch verdienen. Also, wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr uns jetzt vielleicht das erste Mal in dem Video seht, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Ja, wir starten jetzt dann neu und werden die Punkte jetzt quasi resetten und, ja, Reset Points for everyone to null. Und dann haben wir hier Swordfish, wie gesagt, schon als Gewinner festgelegt. Ich danke euch und wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Seacroutz-Kanal und oder halt auch im nächsten Livestream. Also, bis dahin, alles Gute, euer Seacroutz-Team, euer Marara. Ciao, ciao.